Hey und willkommen zu einer kleinen Wunde Fall Guys zusammen mit dem Ligaboo. Mit wem auch sonst? Ich hab keine Freunde. Doch kurz bevor das Video beginnt, wollte ich nochmal einen Dank ausrichten, denn mein erstes Video ist jetzt seit zwei Tagen ein Jahr alt. Das heißt, dass Dr. Raxo jetzt das einjährige Jubiläum feiert. Mein Ziel für dieses Jahr, also die 100 Abonnenten, haben wir auf jeden Fall erreicht. Das ist sogar schon ein ganzes Weilchen her. Es ist halt nur nicht gestiegen, weil ich keine Videos mache. Aber ja, danke auf jeden Fall, Leute. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Ein Kraxler. Yeah, ich hasse diesen Modus. Das ist so glücksbasierend. Da gibt es immer irgendwelche BEEP, die bei diesen komischen gelben langen Teilen stehen und einen einfach nicht durchlassen. Warum machen die das denn? Das kann doch jeder durchkommen. Da mal kurz die Namen an. Warum gibt es eigentlich immer noch keine Steam-Namen? Warum immer noch diese kacken Nummern? Ich bin Erster. Alla. Ich seh's. Ich hab die Abkürzung genommen. Aber er ist runtergefallen. So ein, so ein. Äh. Ah, da kommt der Schleimer. Ich bin ganz hinten, ich bin ganz hinten. Ich werd's schlimm. Ich bin einer von den Ersten. Ich lebe. Oh mein Gott. Nein, ich bin umgefallen. Ich bin umgefahren. Ich bin der schmankt. Ha, ha. Du, welch jetzt achten, ich wüsste. Du, 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 du. Ey, jetzt werd ich zweimal umgehauen. Nein! Ja, perfekt. Gut, gut. Oh, ich wär fast in den Schleim gefallen. Ach, natürlich bin ich umgekippt. Nein! Alter, dann wirst du's auch noch durchgeschafft. Huh, was war das denn gerade? So. Oh, 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 oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und bei diesen gelben Dingern stehen halt immer irgendwelche Laude. Also nicht immer, aber oft. Okay, dann geh ich nicht lang. Oh nein, hier bin ich letztes Mal runtergefallen. Ja. Ja, perfekt. Es ist immer so verwirrend, wenn man hier runterfällt. Oh Gott. Ja, ich bin tot. Oh nein. Ich hinde ja von der... Ich habe eine Taube getötet. Oh, ich bin durch. Puh. Alter. Ich bin der Ritter. Ja, ich sehe es. Hast du mich schon? Ich wurde direkt auf dich zugeteilt. Nice. Das sollte doch auch mal automatisch sein. Oh, ich glaube... Ich komme als einer der letzten noch durch. Nein, 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 nein. Nein. Ey. Lord, mal real talk. Ich habe jetzt den Xbox-Controller. Und wenn man... Wenn man eine Weile mit dem gespielt hat und man sich richtig an den gewöhnt hat und dann noch mal einen Playstation-Controller in die Hand nimmt. Holy crap, das fühlt sich weird an. Die Knöpfe fühlen sich so billig verarbeitet an von dem... Die Sticks, die gehen irgendwie einfach so voll nach außen, so dass es voll Anzei des Falling ist, die anzufassen. Ich finde nur die Bumper viel besser. Beim... Oh. Okay. Da habe ich meinen Xbox-Controller kurz auf den Tisch gelegt. Aber allgemein, der fühlt sich irgendwie viel schlechter an. Der liegt irgendwie besser in der Hand, aber das ist auch irgendwie das Einzige. Der sieht schon echt da aus. Ey, muss sein. Bist du tot? Es sieht schon neun raus aus. Äh? Wie ist das passiert? Er hat mich drunter geschoben. Nein, bist du tot? Ja. Ich wollte direkt wieder auf dich zugeteilt. Oh nein, vielleicht wird das gefixt. Ah. Keine Ahnung. Vielleicht soll ich nur ein bisschen weiter wegschieben. Er schiebt mich einfach runter, das ist so asozial. Äh, hoffentlich stirbt der. Wie sah er aus? Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Wow. Gottmedaille. Oh mein Gott, ich habe so eine gute Leistung. Ach, Rollfeld ist mein Lieblingsmodus. Oh. Schon wieder. Ich hasse Schleifler. Irgendwie ist sie immer das gleiche. Immer kommt das zuerst, das Rollfeld und dann hier Schleimkröxler. Halt echt. Aber ich mag die neue Farbgebung vom Schleimkröxler. Resser als die alte. Wo du wahrscheinlich keinen Vergleich hast. Du spielst erst seit dieser Season. Oder vielleicht erinnerst du dich noch als alte Design. Ja, ich habe es zwar in der ersten Season gekauft, aber habe es spielst der zweiten. Ach, das ist vor mir gekauft, Junge. Und ich habe aus Versehen 20 Stunden gespielt. Ups. Aus Versehen, ja. Das kann mal passieren, gell. Oh Gott. Alter. Einfach mal so ein fucking Baumstamm. Oh nice. Direkt drüber. Über den schlechtesten Part aus dem gesamten Schleimkröxler. Du, 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 du. DUN! Hallo. Nein, 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 nein. Sorry, Dude. Ach, ich bin drüber. Die zwei schlechtesten Part sind geschafft. Auch mal hier das mit dem Jump da über, ähm, die Hämmer. Die brauchen da immer so lange für die YouTuber. Ich probiere das irgendwie so eine Minute lang. Und dann verrecken die. Nö. Und ich weiß gar nicht, warum die immer so schnell sein wollen, weil... Ihr wollt mich doch verarschen. Die letzten... Ja, jetzt probier's, probier's, probier's. Probier's. Wow. Oh mein Gott. Ja. Alles klar, first try, bro. Hä? Oh, 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 oh. Und wieder tot. Nee, noch leb ich. Ich kipp mich auf. Jetzt komm, die Hämmer. Oh, die Hämmer. Alter. Was für ein Opfer. Tötet euch. Tötet euch. Tötet den Joker. Tötet den Joker, bitte. Oh, Meno, den Joker überlebt. Nö, nein, nicht. Komm, stirbt Joker. Ja, nein. Den Joker gönnest du nicht. Nein, er überlebt. Und er geht nicht rein. Diese Leute, die immer beim Schleimkacksel einfach vorne warten und Leute umbringen. Ja. Das ist so empathielos. Oh mein Gott, stirbt. Er wurde grad von dem Hammer getraut. Ja, wer hat's überlebt. Was soll ein Opfer? Sonst was, das ist kein Opfer. Was für ein Opfer, er hat's überlebt. Da ist einfach grad jemand stehen geblieben. Als der Schleim kam. Ich hab's gesehen. What the fuck, der Arme hier. Wahrscheinlich kam jetzt so seine Mutter rein so. Jo, Jürgen, komm mal her. Genau. Mama, ich bin grad mitten in der Runde. Ist mir doch egal. Mach einfach auf Pause. Das ist Multiplayer. Das ist Online-Spiel. Ich hab dich nie gemocht. Richtig auch nicht. Ah, jetzt kommt die S-Arte zu komplett raus. Yay, Blockparty. Hatte ich auch gerade erst. Gibt's nur drei Modi in diesem Modus? Ich glaub schon, ja. Blockparty, mal die Wände und bleib auf der Plattform. Wunderbar. Und keiner steht in der Mitte. Außer die olle Hexe. Keiner mag nicht Hexe. Verreck, Hexe. Verreck. Oh nein, das ist doch nicht AFK. Verreck. Da ist ein Superheld. Nein. Nein, nicht du Superheld. Stirb. Verreck. Oh, Alter. Äh, äh, äh. Dann halt nicht. War nur witzig. Ja. Du fliegst gleich selber raus. Ich weiß. Ja, da ist ein Ritterkumpel. Ich will dich umarmen. Hab ich dich umarmen? Oh, er umarmt mich nicht zurück. Umarmt mich. Äh. Ah. Hey, wow. Schau mal. Ja, wow. Wolf, wir beide zum Sieg, okay? Wir beide auf dem Sieg, wir machen jetzt gleich Sprungprobe und dann gewinnen wir beide. Das ist das coole an Sprungprobe. Ey, ich war also nicht einmal im Finale. Oh, ja, das ist braune Wahl. Ich hab auch 80 Stunden für meinen ersten Sieg geboot. Und danach 12. So. Ich hab irgendwo das Thumbnail vom letzten Video, ne? Das war einfach super. Super? Ja. Das war einfach super. Ja. Ich hab gedacht, er kommt noch mal irgendwie super aufwendig oder so. Das war einfach nur super. Das war super toll. Achso. Neun Sekunden. Ja. Ja, der Ork ist noch verreckt. Oh, mein oh. Der Arme. Oh, zwei Leute sind ausgeschieden. Das hat sich gelohnt. Kann man überhaupt noch Sprungprobe kriegen, wenn man schon Sprungclub hatte? Ich weiß es nicht. Das ist der Superheld. Boah, ist der fett. Hä, der ist ja richtig fett. Oh, der fette Skin. Wolfie. Wolfie. Da ist der Wolfie. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, Wolfie. Jetzt geh' ich auch. Wenn nötig' ich kaufe, find' ich mir auch Credits. Na ja. Okay, für 5 Euro kann man sich den ganzen Tag alles kaufen. Und in Fortnite für 200. Vorher ist kann man sich den ganzen Pass für 5 Euro kaufen. Ich fühl's ja. Du fällst gleich noch runter, ich seh's. Ich weiß. Es müssen 5 Leute ausscheiden. Ernsthaft, so spät erwartet ihr, dass so viele Leute noch rausgehen? Ja. Ich geh' gleich aus Wut raus, weil ich keinen Bock mehr hab. Ja, spring runter. Ist doch knapp. Oh mein Gott, ist doch schnell. Der ist drückt immer knapper. Ach du Kacke, wieso fällt keiner runter? Keine Ahnung. Ich bin immer genau an der Stelle, wo die beiden sich treffen. Was ist das? Jetzt hier. Ohohoho. Schon wieder. Huf. Hier ist doch vielleicht keiner runter. Okay, die Runde wurde jetzt einfach so beendet. Es sind schon wieder nur zwei Leute ausgeschieden. Okay. Wie schnell war das denn gerade, bitteschön? Ich hätte noch schneller werden können. Wenn jetzt noch Fußball kommt, ne? Ich werd' so sauer. Ah, ich hasse Regex. Kackfinale. Warum? Wir haben das jetzt wieder häufiger gemacht. Ja, weil ich scheiße dran bin. Ach so. Weil es immer irgendwelche Trottel gibt, die einfach nur laufen statt springen. Meinst du dich? Spaß. Nein. Hinter dir. Ui. Jey. Ah. Toll. Und? Ah. Ich springe so meine Runden. Und was macht der Tüter? Dann lauf in der Mitte rum. Nein. Ich mach nicht die Reddelt-Taktik. Die funktioniert nicht mehr. Nicht. Gerade. Was war das gerade? Ja, erst du slidest nach oben, Alter. Hä? Wie sah das denn gerade aus? Ah. Nein, das einfach. War auf zu rennen, Typ. Kein Wunder, dass du schon so weit unten bist. Ja, du bist doch auch genauso weit unten. Gar nicht. Du bist nicht gerannt. Soll das etwas über mein Talent aussagen? Ja, ich bin schon lange tot, also. Achso, ja. Da war ja was. Ah. Nein. Ich bin auf der vorletzten Ebene. Ja, und in der Mitte ist alles weg. Scheiße. Drauf zu laufen, du Trottel. Schau uns doch an. Was machen die denn da? Was erhaufen die sich davon? Hat jemals jemand gewonnen, der gelaufen ist? Ja, bestimmt. Ja, okay, Leute, die die Rare-Taktik gemacht haben. Man kann das hier quasi als letzte Ebene bezeichnen. Oh, ich bin tot. Nein. Jetzt war er. Ich will jetzt aber noch sehen, wer gewinnt. Alter, der Joker-Typ von vorhin. Nein, der Affe. Der Affe hat gewonnen. Nee. Da war noch jemand. Ja. Achso, ich dachte, der Affe wäre der letzte zum Ball. Der wäre gerade runtergefallen. Alter, der fette Superhelder hat gewonnen. Nice. Tschüss. Neben mir sind irgendwie 50 Hexen. Ah! Ah! Nein, ich wäre einfach nur gelaufen. Ich bin einfach runterge... Ah, du bist auch vor mir. Hä? In your face. Ja, Checkpoints. Schon jetzt. Ja, first try. Ja, ich auch. Diven. Woo! Wie sah das denn gerade aus? Erstmal... Pinball gespielt. Alter, natürlich werde ich durch die einzige Lücke gehauen, die da existiert. Existier? Ja, natürlich werde ich genau am letzten Punkt. So, und hier warte ich jetzt. Hui! Oh! Nein! Ich werde die ganze Zeit an der Stelle immer getötet. Das ist richtig böse. Ja, ja, perfekt. Okay, ich bin drin. Nein! Nicht wahr! Doch, es ist voll wahr. Alter, die Wippen. Heftiger Modus, den ich überhaupt nicht verabscheue. Welchen Modus verabscheust du eigentlich nicht? Äh... Rollfeld? So der Einzige. Auf jeden Fall tolle Motivation, um das Spiel zu spielen. Ja, ja. Okay, ich bin auf jeden Fall bei den Wippen gerade ganz vorne. Alter, hier fliegt eine Drohne rum. Wenn man nicht erreichen kann. Das bist du, Alter. Hallo! Huh! Gerade so geschafft. Da ist Pegidus. Da ist ein Taube. Und ich bin natürlich genau am falschen Punkt. Alter, war das knapp. Ja, als ob du das schaffst. Ja, lass dich lieben. In die Mitte. Du musst dann springen. Ich versuch's aber nur einmal. Okay, ich versuch's zweimal. Wow! Alter. Das hat's ja richtig gebracht. Hat sich voll gelohnt. Ja, und jetzt ist die Wippe natürlich genau auf der anderen Seite. Ich geh auf die andere Seite. Ja! Und was macht der denn da? Ja, dann. Er hat die Zeitung des Lebens, Junge. Bam! So manche Sachen in diesem Spiel appreciatet man gar nicht so sehr. Wie die Effekte, die auftauchen, wenn man aneinander klatscht. Oder wenn man runterfällt. So ganz knapp nicht. Ja. Das sind coole Effekte und Animationen, die da eingebaut werden. Ja. Nein, so halb. Früher, als ich Minecraft noch auf dem Handy oder iPad gespielt habe, da dachte ich immer so, wenn ich was gebaut habe, boah, wie viele Möglichkeiten haben die Entwickler denn einprogrammiert. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, bei der das Spiel dann kaputt geht. Und dann habe ich so viel ausprobiert, ohne auch nur einmal logisch zu denken und zu fragen, wie programmieren überhaupt funktioniert. Ah ja, Gerangel. Siehst du, du verpasst die ganzen schönen Modi. Naja, ich sehe es. Warum haben wir auf einmal so einen grünen Hintergrund hier? Ist doch sonst auch nicht so. Egal. Alter, da sind Hammer. Mavi, Hammer, Bro. Team Gelb muss raus. Oh, Leute, ich habe mal bekommen. Ich habe mal gekotzt. Team Rot wird geradet. Team 0. Anscheinend, um in den Meldes zu gehen und Eier zu holen, gehst du einfach zu Team Rot. Ich gehe einfach zu Team Rot und mache die kaputt. Aber scheinbar machen einige Leute dasselbe bei uns. Oh, wow. Ja, weil ihr Team Gelb seid. Nice. Das appreciatete ich. Das sind... Ja, er rennt mit den Gäumen raus. Das Gäumen ist der einzige Grund, warum sie so erfolgreich sind. Da könnte sich jemand einfach hier an diese Stelle stellen und mich komplett blocken. Dann könnte ich da nicht mehr raus. Warum machen die das nicht? Ja, macht aber keiner. Oh, wow. Jetzt fällst du einfach um. Nicht so leicht, wie man denkt, diese Taktik, die ich hier mache. Ich kille einfach gerade fröcken Rot. Ja, und ihr seid gerade auch komplett am Verlieren. Und jetzt ist es Rot wieder. Jetzt seid ihr da hinten dran. Am Goldenes. Jetzt ist es wieder Rot. Ja, moin. Und jemand wirft die ganze Zeit Eier bei Rot rein. Können die es wagen? Der Blaue, der hilft sogar mit. Ja, der will doch auch nicht das Rot hier was machen, ne? Ja. Wir müssen es einfach nur schaffen, dass Rot nicht Erster wird. Beziehungsweise auch nicht Zweier. Wir müssen einfach gar nichts werden. Warum hält mich der Rote fest? Ich meine der ja Blaue. Warum wohl? Ich meine der Blaue. Den kannst du doch nicht jucken. Kann ich den nicht. Ja, ich höre den. Ich halte dich fest. Oh, Gott. Last Second. Nein. Wer hat da denn bitte schön unser Gold reingeworfen? Ey, Junge. Oh, nein. Ach, komm. Komm, äh, aaa, aua. Läuft auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.